Yo Freunde, Darkies back und ich heiße dich heute wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich habe letztens eine richtig geile Runde rausgehauen und zwar eine Runde mit 14 Kills und ich habe mit einer Waffe gespielt, die ich sonst immer eigentlich auf dem Boden liegen lasse und der ich nicht wirklich viel Begeisterung geschenkt habe. Aber ich habe sie diese Runde mal gespielt und sie ist wirklich eigentlich eine ziemlich geile Waffe. Und wir reden hier von der lieben Havoc. Also die Havoc wirklich, also wenn man sie kann, dann ist das wirklich eine krasse Waffe. Und ich habe sie in der Runde ausprobiert und ich glaube, sie liegt mir ein bisschen. Ja, schaut euch selber die Runde an. Die ist wirklich cool und wie gesagt, so für mich auch die beste Runde, die ich bisher jetzt in Season 17 hatte. Schaut sie euch an. Wenn euch die Runde gefallen hat, dann dürft ihr mir sehr, sehr gerne ein Abo und ein Like dalassen. Ich würde mich sehr darüber freuen und natürlich sagen, viel Spaß mit diesem Video. Wir sehen uns im nächsten. Ciao Freunde. Ich habe einen. Ich habe einen. Ich möchte einen Red. Ich möchte einen Red one, Digger. Hallo. Oh oh. Ja, kommt hier, hier, hier. Holen sie die Kackleiflein. Ich sehe hier keinen. Der ist da. Das sind zwei. Die hat ihre Wall dahin gestellt. Oh mein Gott! Die hat die Ton des Laser gekriegt, Alter! Digga! Laser, der ist los. Das ist One-Shot. Aber ich verfog's, der mit Plastien mehr! Nein! Ey, das muss ich mal ganz kurz klippen hier, so. Danke. Hinter mir! Digga! Ich weiß es nicht, da hinten irgendwo. Ja, die sind genau da, wo wir die Killed haben. Zwei, ich seh zwei. Ne, drei, drei. Einer ist bisschen weiter links. Sollen wir hin? Einer ist noch da. Ja, ja. Haben wir die Fläpschen? Ja, sicher. Und hinter uns wird auch gefightet. Was? Wo? Der Slow Load. Ich scanne. Ja. Cracked. Die laufen jetzt außen rum. Oder? Ja. Einer fasst Cracked. 50. Große Zeilen. Red is one, Digga! Ja. Ja. Hallo! Hallo! Ja, ich hab so scheiß Elbe seit der Köln. Indirekt hinter dir. Mein Kollege. Freund. Ich bin dead. Ne, doch nicht. Seid ihr da? Ja. Einer ist Cracked. Die laufen jetzt Cracked. Ich geh hier rüber rein. Im Haus ist noch ein Team und unten. Ja. Bei dem direkt unter dir ist ein ganzes Team, ne? Ja, dieses Team habe ich... Eines dieser Teammitglieder habe ich gerade gebeamt. Dylan. Ja. Ich bin nirgendwo. Ich bin nirgendwo hinter dir. Oh, delft! Die sind alles gut! Oh, da komm mal hinter dir hinter dir! Oh my god! Was geht hier unten ab, Digga? Hier sind so viel Leute! Wo, 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 wo? Sie bettet, sie bettet, sie bettet. Oh, pfff. Tristan, es ist erstmal. Sie sind da vorne. Ich sehe es. Warum wer hat meinen Jabtauch? Oder Darktauch. Einer steht Crack. Das ist ja eine richtig geile Ult von denen, oder? Ja, ja, ja. Was ist das eigentlich schon wieder für ein Hackglitch da oben? Kriegt wirklich Krise. Einer jetzt mittlerweile hier? Ne. Wollen die nicht mal herkommen? Ne. Doch, es ist irgendwas hier. Hier. Es ist irgendwas hier. Hinter uns. Den hole ich mir. Hab ihn. Hier. Finischen wird. Finischen. Aber der ist unten. Ja. Wo geht es über den Grundfall? Ich weiß nicht. Lui. Bidi. Die Rave hat so einen R9-Beam gefressen. Irgendwie 130 oder so. Und dann ein paar Händler Schüsse. Die Heaven ist goil. Und dann einfach auch respektlos gefinisht. Ja, dieser Finisher muss auch sein, ey. Digger, du hast einen Kill, Digger. Digger. Die Jungen, nein. Es ist der Tag. Digger. Untertitelung des ZDF für funk, 2017